war lecker nicht die wildschweine sondern die windschweine die windschweine genau die windschweine ja die haben übersetzungsfehler da drin okay passt doch weil das sind das sind windschweine und keff und ich wir sind in der gruppe die wildschweine werden ist klar das behauptet aber auch nur du kannst ja mal die mädels fragen was sie sagen dafür kenne ich euch nicht gut genug um mir dieses urteil erlauben zu können ich glaube so persönlich treffen das wird wahrscheinlich schwierig werden ich weiß woher so herkommt dortmund ja das ist dann schon sehr schwierig so ich habe ein windschwein getötet und zwei fleisch dabei gesammelt ihr wisst woher hin wollte ich habe keine ahnung wo wir müssen ja eben wo ganz sagen wir folgen einfach ich würde auch wie die us-amerikaner bei deutschland ja ich kein politik auf dem kanal stehen bleiben jungs die steine vorricht ja das ist gut ja ich stehe weit genug weg da ist es etwas weiter links da ist auch immer aber nur drin so was haben wir jetzt hier alte personen 3 3 3 5 und teil 8 ok jetzt sind wir auf der suche nach dem großen see auch hier in der nähe irgendwo und munition dafür haben wir auch eingesammelt ja munition müssen genau diese kugeln die da irgendwo rumliegen haben sieben stück oder so ich weiß nicht welcher sie das ist ja genau ich weiß nicht welcher wo der ist ja bitte was hat der schon hallo die soll bescheid sagen bitte ja ist irgendwo bei irgendeinem so ein geräusch im hintergrund das erinnert mich so gerade so im flugzeug wie dieses anschnallzeichen wenn das ausgeht so jetzt können sie sich abschneiden es ist gerade wie bei minecraft wir wechseln das bioturm also falls ihr noch ein anderes geräusch falls ihr noch ein anderes geräusch hören solltet hier läuft schon eine zweite playstation ja ich sage das hört sich haben wir dieses anschnallzeichen was ja das ist die skyline wenn die meldungen kommen ich will ja dafür bald wieder fliegen was hat das so gesagt was hat das so gesagt die baut ein riesiges kloake becken und dann sprengen die das und dann läuft die ganze scheiße üben vor allem da sind wir uns wieder mutanten in der linken seite ja die dabei aus wie einer von den normalen kann die ballen links ist nicht aus wie die großen ja ja sind diese normalen haben sie hier auch ein dorf im schneegebiet ich habe übrigens jede menge fleisch einstecken wenn jemand hunger hat ok wer wissen und tötet gleich noch mal ein bambi hier auf dem weg auch von dem schwein vom schwein und jetzt das zweite bambi ich glaube das kannst du gar nicht mehr mitnehmen dann wirst du wahrscheinlich schon voll sein fleisch technisch ja du kannst nicht mehr tragen fleisch gut okay aber das kann ich mir nehmen und ihr werdet verfeuert von einem der kapitalisten kann die ball ist ja doch noch springt aber mir herum irgendwo ich glaube solange man ihn in ruhe lassen geht immer wieder neue suchen nach diesem verdammten sie das sind vor seiten jetzt überhaupt mehr wir sind jetzt hier beim dorf naja ihr seid oben soll ich hängen hier unten rum mir hier noch ein bisschen stoff mit was sie in jederzeitung noch rum weil das kann man immer gebrauchen stoff und jetzt benzin kann man es dann reichen auch voll gut hier sehen wir einen kevin in freier wildbahn beim klettern ja es gibt ja gleich ich versuche es gerade irgendwie ich bin abgerutscht scheiße gehe ich halt außen rum und das irgendwo hier unmittelbar am see drum hoch und sein oder ich hab's ja wir sind noch auf dem weg ja ich weiß ich spreng es schon mal und ihr ist kalt die steilung geht und ein baum sieben habe ich gesammelt ja perfekt wunderbar dann haben wir jetzt so vier teile oder so drei fünf sieben und acht müssen wir jetzt haben das ist noch ein paar teile normales vier teile aus dem schneegebiet draußen könnten aber einmal ganz kurz stehen bleiben ich muss einmal ganz dringend zur toilette ja platz die blase uiuiui das hat sich nicht gut ich hätte vorher noch mal gehen sollen ich würde jetzt im schneegebiet hier stehen bleiben dann ein bisschen doof dann gehen wir mal raus und dann los welche richtung ich weiß gar nicht wenn jetzt einfach mal hier los ich würde dann mal kurz hier stehen bleiben würdet ihr eben auf mich aufpassen dass ich nicht kaputt gemacht werde los wir laufen weiter das finde ich gut alles klar ich beile mich ja alles gut wir bleiben hier stehen und gucken dir zu genau wie du kaputt gemacht wirst alles alles habe ich eigentlich mal auf den nagelstreifen anzug an jane ich bin der jene mit dem bart ich bin der jene mit dem bart ich bin der jene mit dem bart ich lebe noch ich bin wieder da hab jetzt die ganze auf mich eingekloppt war und läuft bei dir vorsichtig kalibalen fliegst in der ecke ab dem weg nach rüber ich glaube ich sage ich bald zurück kann man nicht nehmen ne ne ich glaube nicht schlecht dann willst du an den kalibalen vorbeiführen kann doch schwimmen ne ich schwimme du bist weiter gerannt ne ich bin auch zum baum wir meinen den baum ja genau den ich weiß nicht welchen du meinst aber wir meinen den den anderen da oben steht unsere kirche unsere impulsante kirche muss aber sagen wenn ich immer angucke was manche da so posten in der forest gruppe auf facebook da ist unseres da ist unseres echt lächerlich gegen ja das ist teilweise schon echt der hammer ne also ich kann doch die eine der an der bucht da gab fast anderthalb tausend bäume reingesetzt hat einfach nur holzplatte gemacht weil der da irgendwas reinsetzen wollte weißt du ja der den see ausgefüllt hat ja ja das ist schon krass das war glaube ich über das war glaube ich über dem über dem sinkhole ne keine ahnung wurde das gesetzt hat der die platte gesetzt kann sein keine ahnung ich hab anderthalb tausend bäume da reingeballert alleine ja die zeit hätte ich gar nicht und die geduld hätte ich gar nicht dafür vor allem nicht alleine ich kann ja euch nochmal einladen zu meinen base kann ja dann immer mal in einer kleinen spezial folge gucken ist eine sehr interessante base geworden und ein kumpel zusammen er kann bäume schicken also wir können ja dann auch mal zwischendurch einfach äh bitte beginn der nächsten aufnahme session dann mal uns die gebiete der anderen angucken so nach und nach wäre auch mal eine idee dass wir so nach und nach mal eingeladen werden und einfach mal durchgucken dass wir dann ein bisschen spezial machen dann wollte normal bei mir brauchte dann nicht weil ich bin abhängig von dem floß noch ja ja ganz imposant ist das jetzt bei mir auch nicht da müsste ich erst noch was bauen was neu ist dass das imposant wäre aber ich kann ja dann dann hau mal rein anfangen kann dann leg mal los ja ich hab patrick getötet auf welcher insel war das eigentlich nochmal auf irgendeiner insel ist auch noch auf jeden fall so ein wappenteil ja das weiß ich auch nicht also dass das auf irgendeiner insel das dann noch was ist das weiß ich auch aber ich habe keine ahnung wo auf jeden fall ein bisschen weiter weg gehen ich bin auf jeden fall ein bisschen weiter weg gehen ich bin aber noch kurz zwei monate dann darf ich auch wieder fliegen ich bin Es ist glaube ich fast schon wieder dunkel, ne? So langsam. Sind auch alle da? Ist die Uhr auch noch da? Da hinten. Wie ist die hier hinten? Ich sehe den Baum schon. Ja, ich glaube, du sollst mal mit dem Floß rumfahren, wenn man in den Inseln hört. Ja, sonst haben wir vom Haifisch gefressen. Aber das hat man ja eh noch da hinten irgendwo stehen, ne? Ich kann nur gucken, ob wir hier schlafen können. Da vorne war ein Zelt, wo man schlafen kann. Ja, aber es dauert noch Ewigkeiten, so weit sind wir noch nicht. Weil wir erst gepennt haben. Ja. Ja. So. Das war gar echt stockenloser hier, ne? Ja, ja. Aber jetzt auf gleich, ne? Ja. Boah, ich hau ja schon mal die Dynamitstange rein. Genau, Steckschüppel rein. Ja. Das ist wieder Dings. Na, ich weiß nicht, was du denkst. Ich meinst, dass die Dynamitstange schon mal in das Grabloch da stecken? Keine Ahnung. Ich kann ein Outfit wieder. Jetzt kann ich wieder ein Outfit fixen. Nur alles. Jo. Was ist? Toll. Toll. Jetzt haben wir jetzt ein Teil gefunden. Oh, der große Teil. Teil 2. Sehr gut. Gut. Und...